so meine güte erstmal zurecht drücken hier wieso sitzen sie denn immer noch nicht richtig können sie das nicht will sie cook eine spezialkola gerne pepsi cola oder coca cola eine spezialkola oder river cola was gibt es denn noch wie sind african cola oder sowas da was jetzt gar nicht die haben wir hier nicht give me water give me das auch naja wieso ist irgendwas am start ach dass dieser jeep ist da da kommt man nicht hoch woran scheint er das denn jetzt weil ich die waffe habe ja fantastisch das verstehe ich jetzt daran ich was kann will oder soll ich daran nicht verstehen schmeißt die blöde pulle weg hier hauptsache ist die hände frei meine güte da will er die aktion nicht machen weil er die hände nicht frei hat aber Geh mal da weg, Mädchen. Ich muss mal in den Schrank gucken. Auch aus dem Trikot. Hm. Warum muss ich das wohl doch? Doch nicht? Ich weiß nicht. Es ist okay. Sie sehen uns nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Möglich, dass das deswegen ist, weil ich davor los geguckt habe. Ich mag die beiden nicht. Oh Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Genau, da kann ich wieder mehr reden. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? In Lost gibt es zwei Figuren, auch so ein... Der sieht ihm sogar recht ähnlich, finde ich zumindest. Und dem Sohn von ihm. Der verrät quasi die ganzen Leute, damit er mit seinem Sohn die Insel verlassen kann. Da ist ihm jedes Mittel recht. Ob die anderen alle über die Klinge springen oder nicht. Das ist ihm alles egal. Deswegen mag ich den auch hier nicht. Ich wäre so ein blinder Spiegel. Ich spiegel dich nicht. Ach ja. Ist ja von so einem Sony Spiel. Ist das Jack and Dexter oder... Ich glaube Jack and Dexter. Davon ist der... Ja, es sind sogar Jack and Dexter. Der Hase und er. Ich eigenartigerweise noch nie gespielt. Jack and Dexter. Explosionsradius ist jetzt besser. Hm. Ach voll, das mag ich aber gar nicht voll. Sieht aus wie eine Schachtel mit Teebeuteln. Kann ich irgendwas bauen? Nicht. Da eine Sonne. Das war eine richtig schöne Wohnung. Hier ein Wohn-Schlafraum. Wow, was ist das denn für ein Format? Ist das 21 zu 9 oder sowas? Oder was ist das? 16 zu 9 ist es ja nicht. Dafür ist er einfach zu breit. Auf den kann man sich dann die Kinofilme angucken ohne Balken. Weil der Bildschirm breit genug ist. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Da kaufen sich die Leute einen großen Bildschirm und dann haben die... Weil das ja so ein eigenartiges Format ist. Dann haben die trotzdem die Monsterbalken oben und unten. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Das war schön für dich. Ich glaube, bei denen werde ich mich in dem Spiel nie gewöhnen. Den habe ich mir in Lost abgewöhnt. Kannst nicht mal sonst drohen. Die müssen auch nichts looten oder irgendwas, diese Affen. Vollkommen skilllos wahrscheinlich. Die muss man Gott sei Dank auch nicht das ganze Spiel über mitschleppen. Was ist das jetzt an? Ich wollte mal gucken, ob die jetzt alle die gleichen Schachstellungen da drauf haben. Das wäre auch nicht so ganz nachvollziehbar. Ach, das wäre unsere komplette Couch. Nur echt mit der... Ecke hier links. Na gut, da will ein bisschen was nehmen. Der Größe hatte ich mal. Einen tragbaren Fernseher. Das war aber nur Schrott, das Gerät. So ein ganz alter nur mit Antennenanschluss. Und die Sender mit Drehradstellen. Einen Skatanschluss hatte der gar nicht. Ein Comic. Computer, eine ganz große Maus. Mal kleiner Bildschirm. Die Kartons gehen Beamer. Anlage. Oder 2-Beamer. Startscheibe. Gibt das auf Toilette? Na nicht. auch keine schlechte wohnung ganz großer raum da hinten das schlafzimmer hier die küche dann wohl das kinderzimmer so lassen blut samurai der blut samurai sie dürfen weitergehen da war ich ja beinahe schon froh wo ich die von der backe war hier der verdammte truck er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten was machst du da gar nichts das ist praktisch ganz leer was ist die regel für dieses zeug fast nicht regeln sag sie mir wir nehmen nur was wir brauchen jetzt kommt was ein affe der jack und dexter das brettspiel da ich glaube das sieht man schon öfter checkers schiss uncharted board game noch mal jack und dexter was auch über sie ist schade aber ein lüge das war nur lichtblick spielzeuggeschäft wo ist denn ein dämmliches versteck hier das brennt schon ab da ich will das jetzt abrennt hier lautlos sogar so das wäre auch so eine stelle woraus liegen könnte ich hätte da was versteckt ich muss mal beschwerde einlegen nach gewohnt lippischer manier erst mal dreimal drei fahrkarten schießen ich werde dich das war's nicht schlecht also zum scharfschützenkönig kann ich aber nicht werden hier auf den truck ein drängling ein drängling hallo ach das muss ich mir erst mal bauen das ist jetzt gebaut verkirren 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 Vielen Dank.